Hallo Leute, Murphy hier und wir machen weiter mit Mitrus2033. Wir sind gestern hierhin gekommen und wollen jetzt gucken, was hier noch so tolles auf uns wartet. Die Brücke. Schön zu wissen. Warte, die kann man nicht mitnehmen. Na los, Geh. Wow, jetzt bin ich fast zu weit besprungen. Ah. Nein, nicht das. Das da. Danke. Ich kann es aber trotzdem mal kurz ein bisschen... Oh mein Gott, lass den O. Danke, Maus, dass du mich mal wieder verzielen lässt. Geh weg. Och, wie soll ich denn? Ist keine Munition mehr für eine Klasse. Hümmert dich nur nach. Ah, hier hinten nicht noch Munition mehr. Geh weg. Oh, Gott. Geh weg. Ich zeig ihn euch mal, der ist da oben. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh nein, das ist kein einfacher. So, lass uns weiter. Nein, ich komm nicht raus. Verdammt. Wo hing ich da jetzt grad bitte fest? Wirklich, ich hing da fest. Ich konnte irgendwie nix mehr machen. Fragt mich nicht warum. Aber gut, bleib du mal hier, ich geh schon mal runter. Eigentlich? Nee, doch nicht. Wirklich. 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 Hey! So, jetzt gehen wir nochmals zu Suuk. Diesmal muss es klappen, wenn nicht, dann werde ich wirklich, äh, ja. Dann lauf, los! Oh, stimmt. Man kann's schaffen. Oh! 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 ... Munition wär naut... Zum Beispiel die da, oder die da. Und ist ja vielleicht noch mehr drinnen, weiß ich nicht. Und da könnte noch was sein. Äh, nein. Äh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Ich glaube, jetzt müsste ich so langsam alles haben, ja. Guck mal da hinten. Oh mein Gott, das geht auch. Da hinten würde ich persönlich nicht reinlaufen, weil... Ich schlafe meine Frau. Die Störungen sind, die große, schlafen Störungen. Ich höre es auf. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wie gesagt, da hinten will ich nicht fallen. Sobald ich da reingehe, bin ich tot. So, geschafft. Komm schon. Was das für ein Verzicht mit mir ist? Artym, du hörst das? Und die Sorte. Die Sorte von der Wladimir Zentrale, aber sehr gefährlich. Komm schon. Und du, der Mann, ist stärker, als du dich fühlst. Das war eine dumme Idee. Hast du mal wieder toll hinbekommen. Das sollte ja auch immer so verlockend sind. Wo ist der Ziel? Und du, Patschanchen, schneller als du dich fühlst. So, und jetzt nochmal G, danke. Geht das wirklich runter? Ah, ich teste das nicht nochmal. Renn, 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 renn. Oh, er sieht tot aus. Ja, das ist doch bestimmt wieder was von einem Spiel nicht, oder? Scheiße. So, hier benden ich kurz die Folge für heute. Und wir sehen uns dementsprechend morgen wieder. Bis dahin, Leute.